Für ein Ja zur Abzockerinitiativen! Ein Ja zur Abzockerinitiativen! Fredi, du bist doch sicher auch gegen die Abzockerei von diesen Topmanagers. Ja schon, aber soll ich dir etwas sagen? Ich gehöre selber zu diesen Abzockern! Seit Jahren zocke ich skrupellos meine Mitmenschen ab und ein paar von denen sogar mehrmals! Komm, du hast es nicht abzocken! Doch! Die Initiative ist gegen die Millionenabfindungen von diesen Topmanagern! Eben siehst du, in meiner Neumann-Firma bin ich doch selber Topmanager! Und ob ich jetzt 2 Millionen abzocken oder nur 2 Std. Moralisch ist das genau das Gleiche! Komm! Doch, ich bin ein ganz verkommenes Unternehmerisches Subjekt! Nein, du dich beruhigst! Das, was du machst, ist höchstens abgebumpen! Sicher! Ja, aber ich gebe dir auch etwas! Schau da! So stolz! So gut, du! Vielen Dank! Schmerz! Hey! Gell! Ihr von der Juso sind doch für die 1 zu 12 Initiativen! Ja, genau! Dass ein Manager höchstens ein Zwölffache von seinem Angestellten verdienen können! Eben siehst du, ich bin ja Manager in meiner Neumann-Firma, dann käme ich eigentlich 24 Std. rüber! Also, 2 hast du mir schon gegeben, dann möchte ich das nochmal 22! Ja! So läuft das halt einfach, gell! Ja, merci! Hey! Sehst du? Jetzt mache ich es schon wieder! Du bist so ein netter Juso und ich zock dich einfach so ab! Das finde ich moralisch von mir unter alles haut! Das finde ich so schlimm, dass ich da moralisch jetzt so auf einem tiefen Punkt bin! Vielen Dank!